Stell dir vor, dein Blut ist die letzte Chance für jemanden, der an Krebs erkrankt ist und höchstwahrscheinlich daran sterben wird. Das Blut, was mich jeden Tag am Leben hält, das ist einfach eh Blut. Ohne Stammzelspende wäre ich gestorben. Das krasse ist, als Spenderin weißt du erstmal gar nicht, für wen du da überhaupt gespendet hast. Ich habe mir zwei Jahre halt einfach mal vorgestellt, wie das ist, sie kennenzulernen, wie es ist mit dir und dann wird es halt so real. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob du Kontakt aufnehmen willst zu deinem Empfänger? Ich bin für mich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das nicht möchte. Ich kann das irgendwie immer noch nicht realisieren, dass ich als kleine Person hier um das Leben gerentscht habe. Weltweit gibt es über elf Millionen StammzelspenderInnen, aber die Chance als registrierte Person wirklich als SpenderInnen in Frage zu kommen, die liegt bei nur einem Prozent. Und zu diesen einen Prozent, dazu gehört Nikolai. Bei seinem Blut gab es nämlich ein Match. Ich habe halt etwas, was jemand anderes braucht und es gibt keinen Grund zu sagen, ich mache das nicht. Das gibt es wirklich nicht. Ich will wissen, wie sich das anfühlt, einem Menschen, den man gar nicht kennt, das Leben zu retten. Deswegen begleite ich Nikolai heute zur Stammzelspende. Hallo Svenja. Guten Morgen. Hi, freut mich. Hi, Nikolai Zobny ist mein Name. Weil Nikolai heute für die Spende topfit und gesund sein sollte, hatte er in den vergangenen Wochen viele Untersuchungen und Aufklärungsgespräche. Also sie meinte, es kann eigentlich quasi direkt losgehen. Ja. Und ich möchte aber noch auf Toilette gehen einmal vorher. Du kannst währenddessen die ganze Zeit logischerweise ja nicht auf Toilette. Ich kann nicht auf Toilette, ja. Der ganze Spendevorgang kann bis zu fünf Stunden dauern. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Als erstes bekommt Nikolai von den Ärztinnen an beiden Arm einen Zugang gelegt. Aus seinem rechten Arm läuft das Blut in eine Maschine, die seine Stammzellen rausfiltert. Danach wird das gefilterte Blut mit weniger Stammzellen wieder zurück in seinen linken Arm geleitet. Wie geht es dir jetzt? Ich bin ganz ehrlich erleichtert. Ja, warum? Ja, es war jetzt einfach so, so viele Sachen auch auf dem Weg bis hierhin und dann macht man sich doch viel Gedanken. Und jetzt liege ich halt. Das ist ein bisschen kühl, wenn hier, das Blut ist ja eine ganze Menge außerhalb des Körpers. Ja, deswegen die Decke? Mir wird kühl, aber hier links kommt es auch kalt rein in den Arm. Nikolai hat sich vor circa acht Jahren als Stammzellspender registrieren lassen. Wie war das dann, als du den Anruf bekommen hast und man dir gesagt hat, hey, du kommst als Spender in Frage? Da habe ich einfach zugesagt. Also das war die Gedanken, wie das dann abläuft oder so. Habe ich mir da 0,0 gemacht. Und dann habe ich halt mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, dann mal geguckt, wie das überhaupt ist. Ich fand es nicht cool. Warum? Ich gehe nicht gern so ein Blut abnehmen lassen. Das ist mir unangenehm, aber für mich steht über allem die Notwendigkeit. Also ich habe halt etwas, was jemand anderes braucht und da gibt es, es gibt ja keinen Grund zu sagen, ich mache das nicht. Das gibt es wirklich nicht. Gab es dann irgendwann den Moment, dass du gezögert hast? Ich habe nicht gezögert, aber mir ist es auf dem Weg bis jetzt auf diese Liege teilweise schon schwer gefallen. Warum? Du kannst diese Spende ja nicht mehr abbrechen. Also es gibt einen Punkt, wo der Empfänger darauf angewiesen ist. Also du darfst natürlich die Spende jederzeit abbrechen von den Regularien her, aber du weißt halt, das hat dann halt echte Konsequenzen. Und das fand ich belastend. Mit den echten Konsequenzen meint Nikolai, das ist so, dass der jeweilige Empfänger oder die Empfängerin, die wird bevor du die Spende jetzt abgibst, wird in einen sehr kritischen Gesundheitszustand versetzt. Also das Immunsystem wird so runtergefahren, dass der Körper der Empfängerin die Spende aufnehmen kann. Und wenn diese Spende dann nicht kommt, könnte es eben sein, dass die Empfängerin stirbt. Richtig? Ja. Verrückt, dass es medizinisch überhaupt möglich ist, dass jemand anderes mit Nikolais Stammzellen die Chance hat, weiterzuleben. Wie das ist, wenn diese beiden Personen sich dann kennenlernen, das werde ich später im Film noch rausfinden. Da treffe ich nämlich eine Spenderin und ihre Empfängerin. Welche Risiken hat Nikolai heute bei dieser Spende? Bestehen da Risiken? Also es ist eine außerordentlich sichere Methode. Und selbst wenn das Gerät jetzt plötzlich in die Luft flöge, ja, dann ist da nicht mal ein Viertelliter Blut in der Maschine drin. Das ist ein Blutverlust, der wird schade drum. Ja, aber auch kein Drama. Was ich ja so unglaublich spannend finde, ist, dass er heute seine Stammzellen abgibt. Und es gibt gerade irgendwo auf dieser Welt eine Person, die diese Zellen empfängt. Wann passiert das? Tatsächlich kommt der Kurier heute um die Mittagszeit, dann nimmt der Kurier das Transplantat und fliegt es an den Ort des Geschehens oder fährt es mit dem Auto, je nachdem wo es halt ist. Sagen wir jetzt mal, er wäre heute Morgen auf dem Weg hierhin, hätte einen Unfall gehabt. Dann hätte der Empfänger die Spende ja nicht erhalten und das Immunsystem wurde ja so weit runtergefahren bei dem Empfänger, dass er möglicherweise daran gestorben wäre. Ist das nicht eine ganz große Verantwortung, die dann auch jemand wie Nikolai mit sich rumschleppt? Absolut. Das ist eine eine emotionale Belastung. Wir versuchen die Spender darauf vorzubereiten. Wir merken aber, dass allein wie kaputt man ist, wenn man es endlich geschafft hat. Ja. Daran merkt man, auch wenn man gesagt hat, ach nee, ist alles gut. Ja, dass man doch, dass das einen nicht losgelassen hat. Ja. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's richtig gut tatsächlich, weil ich einfach merke, wie so diese ganze Anspannung von mir abfällt. Ja? Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob du Kontakt aufnehmen willst zu deinen Empfänger? Ich bin für mich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das nicht möchte. Und warum? Die eine Komponente ist, dass ich es schwierig finde, dass auf der anderen Seite wahrscheinlich ein Dampbarkeitsgefühl irgendwie entsteht und dann auch so ein Druck bestimmt da sein muss, dem irgendwie gerecht zu werden. Und das andere ist, auch ich müsste mich ja da einlassen und mitfühlen. Und ich finde es irgendwie ganz angenehm, für mich selber auch den Gedanken zu haben, okay, das war wichtig und dann ist aber für mich wirklich fertig. Mhm. Es gibt in Deutschland halt eine Anonymitätsfrist. Das heißt, dass man, nachdem man Spender gewesen ist, zwei Jahre danach, auch erst mal sich nicht persönlich treffen darf, eben weil das Druck ausüben könnte auf beiden Seiten. Ich würde an der Stelle auch sagen, dass wir uns jetzt verziehen. Pass auf dich auf und ich hoffe, das läuft jetzt hier alles noch. Das läuft mit Sicherheit Ich schreibe dir nachher einfach mal, wenn ich hier raus bin. Mach das. Vielen, vielen Dank. Dass Nikolai den Empfänger oder die Empfängerin nicht kennenlernen will, ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil ich verstehe schon, dass er nach diesem Tag heute das einfach für sich abschließen will und das auch in ihm noch so einen weiteren Druck auslöst. Ich will aber trotzdem wissen, wie das ist, wenn man als Spender oder Spenderin seine Empfänger oder Empfängerin kennenlernt und bin deswegen mit Stella und Scarlett verabredet. Übrigens, wenn ihr bei noch weiteren spannenden Treffen von mir dabei sein wollt, dann lasst uns gern mal ein Abo da. Stella ist vor drei Jahren an Leukämie erkrankt und brauchte damals zum Überleben dringend eine Stammzellspende. Scarlett war ihre Spenderin und nach der Spende hatten die beiden anonymen Briefkontakt. Für die beiden stand aber fest, dass sie nach dieser zwei Jahre der Anonymitätsfrist sich auch unbedingt persönlich kennenlernen wollen. Heute sind die beiden hier bei Stella in Frankfurt verabredet und dafür Scarlett extra aus Bremen angereist. Hey! Hast du gut hingefunden? Ja. Geht's dir gut? Ja. Schau mal, ich mach dir das mal hier dran. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja, ganz tolle. Echt? Und das, obwohl ihr euch nicht zum ersten Mal trefft? Ja, irgendwie schon. Also wir haben uns ja einmal kurz getroffen in Hamburg. Ja. Aber irgendwie ist das immer noch sehr was Besonderes. Ja? Ja. Hi! 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 Oh, Gott, freut mich schon wieder! Oh! Oh! Oh, das ist ein Wunderholzer, echt! Warum? Komm, ist jetzt einfach... Ja, das war auch schon letztes Mal. Das ist einfach... Weil ich hab nach zwei Jahre halt einfach mir das immer vorgestellt, wie das ist, sie kennenzulernen, wie das ist mit dir. Und dann wird das halt so real und das ist irgendwie so schöner, als ich es mir halt ihr vorgestellt hab. Und es ist halt einfach die Person, die mir das Leben gerettet hat, das ist halt einfach voll verrückt. Voll schön. Stellar, du warst ja damals einfach schlimm krank. Wie war das, als du erfahren hast, da ist jemand und das Blut passt? Das war verrückt. Also meine Familie und ich, wir waren einfach nur... Wir hatten ab dem Zeitpunkt, wo sie zugesagt hat, hatten wir wirklich so das Gefühl, es geht bergauf. Ich glaub, zwei oder eine Woche später konnte ich dann schon ins Krankenhaus und dann für die Transplantation vorbereitet werden. Während Stellars Körper damals für die Transplantation vorbereitet wurde, wurden Scarlett zeitgleich einige ihrer Stammzellen entnommen. Hier ein Foto von ihr. Ja, das ist schon verrückt, wenn man mal bedenkt, dass dann ein paar Stunden später das hier entstanden ist. Das sind... Du das? Ja, und das sind ihre Zellen quasi. Oh, Wahnsinn. Oh, Stella, ist das schön, dich so gesund zu sehen. Das ist schon verrückt. Was wäre gewesen, wenn du die Spende von Scarlett nicht bekommen hättest? Also ohne Stammzellenspende wäre ich gestorben. Also ich hätte nicht überleben können ohne eine Spende, weil meine Stammzellen waren kaputt. Also die waren von Krebs befallen und die hätten immer nur noch Krebszellen gebildet. Also ich wäre zuhundert Prozent gestorben. Ja. Das ist schon, ja. Du hast verladen zu hören. Ja. Das ist mir echt saueres Leben gerettet. Das ist schon saukrass. Wenn ich wirklich drüber nachdenke, dass ich einfach tot gewesen wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Das ist schon verrückt. Und ich finde es auch verrückt, dass ich nur noch ihr Blut bilde. Also das Blut, was mich jeden Tag am Leben hält, das ist einfach ihr Blut. Und ich weiß, dass ich im Krankenhaus immer Blut Konserven bekommen habe, weil ich kein Blut mehr gebildet habe. Und jetzt bilde ich wieder Blut, weil einfach dein Blut. Das ist verrückt. Also ich finde es ganz verrückt, dass ihr euch ja eigentlich gar nicht kennt, aber irgendwie euch sowas extrem enges verbindet. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Es ist halt so, es ist ja keine Freundschaft, oder? Da ist irgendwas von mir in ihr und das, also das ist so eine Bindung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was das so richtig ist. Für mich ist das vielleicht auch alles nochmal ein bisschen anders, weil ich habe ja deine Zähne und du hast mir das Leben gerettet. Also für mich ist sie wirklich wie so ein Superstar. Also das war für mich wirklich das Größte und das wird für mich auch immer das Größte sein. Wie fühlt sich das für dich an, zu wissen, dass du Stella das Leben gerettet hast? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich kann das irgendwie immer noch nicht realisieren, dass ich als kleine Person jemandem das Leben gerettet habe. Ich glaube, das werde ich auch nie. Ich bin einfach nur glücklich darüber, dass es Stella gut geht. Vielen Dank, dass ihr heute so offen mit mir darüber gesprochen habt. Und ich finde das echt, ich finde es voll schön, dass ihr euch gefunden habt. Also ich habe mich für diesen Film ja gefragt, wie es sich anfühlt, jemanden, den man nicht kennt, das Leben zu retten. Und es ist tatsächlich, also ich glaube, wenn man sich halt wie Nikolai dafür entscheidet, dass man halt keinen Kontakt aufnehmen will, dann hat man trotzdem was richtig Gutes getan. Aber wenn man dann noch wie Scarlett sich dafür entscheidet, diese Person kennenzulernen, dann schließt sich da tatsächlich so ein Kreis. Und das jetzt gerade zu beobachten, dass die beiden sich gefunden haben und wissen, die eine hat der anderen das Leben gerettet, das ist echt was richtig Besonderes und richtig schön. Letztendlich muss es aber natürlich jeder, der spendet, selber für sich entscheiden, ob man Kontakt aufnehmen möchte oder nicht. Wie ist das bei euch? Könntet ihr euch vorstellen, Stammzellen zu spenden? Wenn ihr dafür in Frage kommt, schreibt uns das mal in die Kommentare. Wenn ihr mich weiter bei emotionalen Themen begleiten wollt, dann abonniert uns doch und aktiviert die Glocke hier oben. Und dieser Film lohnt sich sehr. Meine Kollegin Lisa hat Marvin getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie seine Krebserkrankung ihnen eine finanzielle Notlage gebracht hat. 20.000 Euro Schulden. Da dachte ich mir so, scheiße. Was jetzt? Diesen Film findet ihr hier oben und hier unten gibt es noch einen Film von meinen Kollegen von STRG F zum Thema Organspende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!